ok das geht weiter wir haben vorgespielt etwas etwas guck guck das ist der glückliche verbreitet ist das immer weiß okay ich will also wirklich muss die verbunden die probleme von hinten ja irgendwie sieht das ob der volle gerade von hinten genommen wird er sagt das sah echt so aus egal haben wir das schloss dazu die wird was dazu sagen und wir haben die letzten münze warte 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 alles wird kommt einfach mal eine münze ein was bringt die das die münzen hast du denn 39 euro jetzt kommen machst du sprunger mann ich wollte ich gar nicht mehr als davor ja alles erhören also online online gesagt glaube ich hast du alle in dem sinn ja bei mir das ist optional aber naja muss irgendwie so und du hast gesehen einfach unten danach irgendwie bewegen das machen unten und dann auch nichts ich habe ich das davor dieses wird uns gemacht ach so du musst anschwungen nehmen und dann geht das ich habe mich habe geduckt was ist gemacht ich habe geduckt so weg denn er guck anschwungen muss du nehmen damit du dafür ich bin das lieber was eigentlich hören was denn was denn meine blume so eine blume denn das war eine schildkröte mein wollen also danach meine die ist weggeflogen blumen kann ich bekendlich unter wasser leben aber es wird schwer für eine tastatur das alles zu schaffen so so viel wie möglich war dass ihr den games und von diesen levels richtig ich wusste ich habe mir schon irgendwie gedacht aber im spiel hat man sowieso alles perfekt ich wollte nicht probieren wie man brechens macht wird das ganze auto diese tinten fische warte 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 los stern ich kriege sie nicht okay kannst du es gehen für mich rein hier schaffst du das letzte das war acht stück da kannst du noch nicht rein so viel sammeln gekonnt oh nein aber ist ja nicht da habe ich etwas das war knapp ich habe unter wasser level so sehr es ist cool ich mag alles allgemein nicht ich bin klein hast du hast du vergessen dass du das in diesen zeit bestimmt gekauft heute war kein sound ist geil das verschwindet die gab es da unsere zeit anrufen was wir zu machen anschauen warum ja ganz nach oben das bringt ihr das annehmen oder was auch macht muss ja alles verlieben das war aber wenn es vier ich hab das so gelitten bei diesen eisler bei senden guck dir mal dieses eislevel an was er gespielt habe okay guck dir ist mal aber sagt das trotzdem das ist cooles kommen und die nach oben wirklich nach links ich mache was ich bin klein auf gekommen hier hier haben sie ganz verstanden bis ich noch nicht die hier breitens haben die wird sind jetzt hier haben die rechte ich habe ich hier große stunden ich weiß doppelt klein wieder so ein level das machen muss das hast du ganz gespielt und tut mir leid dass der letzte paar 30 minuten waren wir haben nicht aufgepasst damit springst du etwas super springt super springt das war nicht geplant du wixer ich hab du kannst du in diese Röhre rein ich glaube irgendwo ein Pilz äh irgendwo eine Röhre oder ein Pilz da war noch eine Röhre ne da war dann eine Röhre links war eine Röhre aber ob du reinkommst weiß ich nicht du hast schon gespeichert dann sehen wir mal ob da irgendwas rechts ist wenn nicht dann gehen wir nach links wir haben ja sowieso Zeit und du bist aber noch mal nein ob extra noch mal machen wenn es in einem Level schreiten kann das geht ja auch einmal habe ich hinbekommen guck mal ob ich mich wieder verwirrt ich hab alle zu viel gucken und geguckt das ist das ist normal das ist auch knapp ja Tromauto ähm Tromauto 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 Achso wie ist es in der Tocke nochmal Jürgen nein Tromauto Tromauto hab ich nicht gerade aufs Ursch habe ich keine Ahnung bin die Autor verstanden Tromauto Tromauto Naja Tromauto ich habe mich am hintergrund also nicht weiter nichts in ранier mit kaum Co soll da waren die man sollte die ihre rebeut ich werde alles 100 ich werde alle müssen ja das 100% dran kommt noch mal ja noch mal wären wir auch nicht Mh wären wir auch nicht ja ich bin wohl schon das ist langwichtig ja ich habe den großen gegrossiven ersten waschkack einsatz und da seid ihr seid ihr da schon wo ihr münzen haben wo die letzte münze haben heute sind alle krank weil mit mir sind alle leute bilden dort ist das echt so haben wir ein paar professionetten gesehen das muss die auf jeden schaffst das da springen mal ich bin er so scharf ja habe ich er schaffst du ja ich bin so nervös mal die jahre so schnell erledigen oder warum ist das kein musik ist mir egal das wichtige ist eher dass ich will die schulden dass du die große müssen sterben jetzt hast du alle münzen jetzt kannst du den antwort haben wo landen wir muss springen dann springen aber nicht runterfall bitte und erst nicht machen das bringt der nächste das glaube ich dir jetzt kommt das gleiche mann ich schon wieder da muss sein muss was habe ich jetzt gemacht du hast ein ja du hast das gedrückt diesen altknopf egal dass ich habe was gesehen es spielt einfach so weiter einfach so er kommt traurig 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 ein guter spieler durch ein altknopf fertig gemacht werden zwölf leben 13 mehr spächer ich dachte gerade wo es hängt im sound für uns klingt denke also klingt es wirklich laut das hat man eigentlich perfekt ich war bis in der umalte ich bin doch direkt darauf geschwungen nach darauf aber ich wollte auf einmal alles ich bin einfach immer am an und du bist auch nicht nicht ich bin 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 immer so er gibt so die musik ist geil ich weiß ich kenne das schwieriger zu das erste die erste fall ist schon hier ich gucke nicht auf die karte so sehr ich achte auf das spiel hier deswegen was so was gedacht dass ich in lava springen will oder und so habe ich eine mütze vergessen und schon wunderschönig doch der hat mich nicht gesehen kommt jetzt nicht bau so ich wusste das sind zwei leute war die letzte minze war das schon aber irgendwo war das ich habe ich nicht darauf geachtet ich verstehe ich diesen kleinen klempel nicht diese zweite baut und wir sind schon bei der ersten welt fertig ist schon gut speichern wir haben bisher in der ersten welt nur eine mütze vergessen gesammt in der box ja wir haben später machen was sagt die hose richtig gehasst habe die musik ist geil noch mal noch mal anscheinend ich habe mehr glück als verstand das ich habe echt mehr glück als verstand ich hatte alles geschafft wenn ich da nicht diesen verfickten fehler gemächtete mann gar nicht ja wir sind es gut jungen die anfangs so viel glück habe ich nicht Adrenalin wissen wir gleich hätten muss sein muss die dort am Anfang viel Glück mal was bei mir passiert das ist die größte Blamage Anfang des Level ich darf durch ein Ginterpuppe Gumbapopo was ist das und wieder rein wegen aber man kriegt nichts wir haben ja dann bringt uns das nicht mussten dann lasst es die spieler wenn die leute waren sowieso nur sehen dass sie alle münzen sammeln wollen wir sie nur spielst und fählst ja spielst und fählst der anfang hat sowieso schon einmal einen untergang besiegelt der junge kann nicht spielen junge guck dir das doch an ich sterbe durch ein Gumbapopo ey kann das kaum nicht wahr sein das kann wahr sein ey warum ist das nicht bei dir passiert das wäre nicht so schlimm aber bei mir gibt es das ist jetzt Videomaterial da Gautam hat bei diesem Level durch ein Gumbapopo verloren ey das sah echt so aus ich bringe nach hinten oh was hat mich sein was hat mich getötet sein Arsch ich bin ich bin es muss immer klar sein ah Lacki Torhüter einer Einzelpersonen mit seiner Wolke ja was ich ihnen mit der roten Schülter auf die Kopf geworfen weil ich dass sie machen die Gorkom das benutzen er ja alles wird aus dann geht und heute ich kann keine freunde benutzen oder so doch wenn du vorher hast kannst du das ganze einrollen sowieso kann so so jetzt hast du seine wolke da oben ist etwas oben müsste was sein oder gehen wir lieber so was ist da oben ich glaube also eine große münze musst du auch sagen das ist aber so lange wo ist die erste münze ich habe die verpasst wie die ganze kurz ja wir verpassen die auch zeichn wir müssen zurück wir müssen wir müssen wieso kommt der wieder wir haben schon eine wolke doch zerstört immer holt er seine jindo-joon raus vielleicht nicht die weg muss ein bisschen größer sein ich hasse diese wolke missgeburt das war knapp aber es war witzig wenn du gestorben wirst ich verstehe das problem geht noch nach links noch weiter nach links ja das war sowieso die zweite münze ist immer noch da hinten ich habe mich ganze doch ja guck vertraut mir einfach versuch einfach dein glück versuchen ich habe für dich die steuerung geändert sei froh nein die sind die zu so nicht die belichtigen müssen wird so wird sie bekommen was auch machen komm jetzt war so der kleine gauter mal was ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß bin ich hasse diese das soll nicht das nicht mal normal hallo warte komm ja du schon fast die die mann das ist einfach so haben wir diese scheiße Wolke benutzt was soll ich so hoch ja ok jetzt kommt die aber nicht mehr natürlich kommt es noch ja später später ich bin jetzt gleich nein 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 da du holst dir jetzt die Münze äh ich meine den Pilz das hat keinen sinn mit dem warte mal hast du nicht aufgebaut ich dachte mich ist mit dem roten nein geht nicht Leute kannst du rein hab ich doch mal versucht davon echt das was bei der roten versucht bei der roten grünen nicht ok hey aber ich bitte das habe ich nur eine Münze gesehen wieso also heißt dass man die lackierte benutzen muss ich habe nicht gemacht das Level zu Ende damit wir das von vorne wieder beginnen können sag ich jetzt nicht da ist ein Pilz drin ähm wartet mit bei der roten grünen den über ö mit über die Vielen Dank.